Schönen guten Morgen! Fass sie! Fass sie! Steh bleibst! Bei dem neuesten Auftrag hat der Dekteilchef Carsten Stahl, Praktikant Marcel Bender, unter seine Fittiche genommen. Es geht um eine Familienangelegenheit. Erzieherin Fehmke Leitner hat die Ermittler zu sich nach Hause bestellt. Die erste Begegnung sorgt jedoch für eine Überraschung. Schönen guten Tag, Frau Leitner, Dekteil Stahl ist mein Name. Wer hat einen Termin? Sektenmitglieder, die wieder irgendwas wollen, aber wir brauchen nichts. Dankeschön. Was war das denn für ein Scheiß? Das war aber definitiv, ich habe die Stimme wiedererkannt. Du hast ja sehen, der Typ war dabei, der hat gleich die Tür zuschlossen. Genau, denke ich mir auch. Aber ich habe dir schon mal gesagt, schneid dir die Haare, du siehst aus wie so ein Scheiß Sektenmitglied. Ja, wäre das nicht eher Inkasso oder so? Hätte es schlimmer sein können, hätte auch ein Staubsaugervertreter sein können. Ich bin ja schon als alles bezeichnet worden. Ja, warte mal, das ist sie. Ja, Sektenmitglied Stahl. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ja, ich habe das schon. Habe ich schon. Okay. Ja, das wäre möglich. Also dann würde ich sagen, wenn das funktioniert, in den nächsten anderthalb bis zwei Stunden, dann bei mir im Büro. Das wäre in Ordnung. Eine Stunde nach der verhinderten Auftragsvergabe erscheint Femke Leitner in der Base und wird von Sekretärin Pamela Sommer empfangen. Was hat die Frau auf dem Herzen, was sie nicht in Anwesenheit ihres Mannes besprechen wollte? Guten Tag. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Wir machten da gerade Inventurliste, meine Crew, die ist zur Fülle. Ja. Hallo. Wunderbar. Schön, dass Sie kommen konnten. Tut mir leid, dass ich gerade absimmeln musste. Darf ich Sie dann an unseren Sektentisch bitten? Kleiner Scherz, den mussten wir jetzt auch. Ja, natürlich. Die Erzieherin kommt direkt zur Sache. Ihr Mann hat vor drei Wochen seine Halbschwester bei sich aufgenommen, die das Resultat eines Seitensprungs seines Vaters war. Femke Leitner glaubt, dass die 28-Jährige eine Betrügerin ist. Sie bezweifelt, wenn ich tatsächlich gehört habe, dass die jetzige Schwägerin von Ihnen Ihre Schwägerin ist. Ist das richtig? Genau, genau. Also die kam zu uns nach Hause und irgendwie bezweifle ich total, dass das die Halbschwester von meinem Mann ist. Die haben sich lange nicht gesehen, im Alter von fünf Jahren, das letzte Mal. Ja, ich habe ein Foto verglichen und passt gar nicht. Ein Brief von früher, den sie vor fünf Jahren geschrieben hat und wie sie sich heute ausdrückt. Und der Brief war total schön geschrieben, Gefühl war da drin und die Aussprache und alles. Und heute, wie sie sich benimmt, also die bringt alles durcheinander. Unsere Ehe scheitert fast, kann man fast sagen. Außerdem steckt die 28-Jährige in finanziellen Schwierigkeiten und pumpt Clemens Leitner um Geld an. Der Elektrotechniker, der jahrelang verzweifelt nach seiner verschollenen Halbschwester gesucht hat, erfüllt ihr nun jeden Wunsch und vertraut ihr blind. Wir werden unsere Arbeit machen und sollte ich irgendwas finden oder wir irgendwas finden, dann werden Sie schnellstens darüber informiert und dann wollen wir sehen. Alles klar. Ja, alles klar. Wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank. Am nächsten Tag legen sich die Privatdetektive vor dem Haus der Auftraggeberin auf die Lauer, um die vermeintliche Halbschwester genauer unter die Lupe zu nehmen. Carsten Stahl und sein Praktikant müssen sich in Geduld üben. Viel ist bis jetzt nicht passiert. Die Auftraggeberin ist zur Arbeit gefahren, der Mann ist auch nicht zu Hause. Das heißt, die Sylvia, also die vermutliche oder angebliche Schwester, die ist jetzt alleine zu Hause. Keine Ahnung, was sie jetzt da macht. Wahrscheinlich fühlt sie sich pudelwohl, wie die Mahl im Speck, würde ich mal so sagen. Gut, wenn es die Schwester ist, sie haben sie aufgenommen. Aber wenn sie es nicht ist, wäre es natürlich eine ganz miese Nummer. Guck mal, kommt wieder so ein Wald- und Wiesenratsch. Was macht der denn? Der geht ja über das Ziel hin. Was macht der denn, der will jetzt da. Der geht rein. Du, was machst du das? Pass mal auf, ich nehme mal die Kamera mit. Ja. Das wird doch in Ordnung, was da abläuft. Du kriegst auf den Monitor. Alles klar. Marcel Bender bleibt im Ermittlerwagen und behält den Monitor im Auge. Carsten Stahl schleicht sich an das Haus heran und filmt das Geschehen mit einer Handkamera. Das musst du mir schon machen. Ja, Alter, ich mach dir gar nichts. Mach dir den Scheiß alleine. Was ist denn da los? Klassentreffen? Ja, ich helfe von dem Wein, sag mal. Ja, am Wein. Ach du Scheiße, jetzt kann ich unsere Auftraggeberin verstehen. Die leben ja da wie die Letzten, wie bei Hempelt unterm Sofa. Ja, nicht viel. Nicht viel. Nein, nicht viel. Wo haben wir denn jetzt? Jetzt schon die Weinpuller mal aufmachen. Auf der Straße ist doch bestimmt viel los, oder? Ja, gut und schürft die Straße. Ist eh genug Lust. Die Lämmen nicht genug. Jetzt ziehen sie sich erstmal eine Flasche Rote in den Kopf. Ah, Scheiße. Schöne Party da, auf Kosten des Hauses. Der tolle Mantel. Sehr interessant. Na ja. Komm. Sehr interessant. Wir gehen raus. Carsten Stahl kann sich rechtzeitig verstecken und bleibt von der Zielperson und ihrem Begleiter unentdeckt. Was haben die beiden jetzt vor, nachdem sie in der Küche ein Schlachtfeld hinterlassen haben? Die Ermittler gehen dieser Frage auf den Grund. Wenig später endet die Verfolgung an einer U-Bahn-Station in der Innenstadt, die als berüchtigter Treff für Alkohol- und Drogenabhängige bekannt ist. Weißt du, jetzt habt ihr das schon zu fressen und so, weißt du, und nicht mal mit der Jacke kommst du an. Die Abgründe tun sich auf. Die Auftraggeberin und ihr Mann sind auch wieder zu Hause. Femke Leitner trägt eine Knopflochkamera. Clemens, ich brauche mal deine Hilfe. Was hast du denn, Schwesterherz? Geld brauchen für Bewerbung und Fotos. Wie, Geld? Wofür brauchst du denn Geld? Ich mache mir. Du willst dir auch noch Geld leihen? Du hast doch gehört, wofür sie es braucht. Für Bewerbung und Fotos. Wer weiß, ob du das Geld überhaupt dafür ausgeben möchtest? 250 Euro? Das ist ein bisschen viel, würde ich sagen, Clemens, oder? Du kannst ihr doch nicht die 250 Euro jetzt im Ernst geben wollen. Du hast doch gehört, wofür sie es braucht. Wofür brauchst du es denn? Für Bewerbungen. Ah, Film ruft an. Carsten Stahl ist gespannt, was Sekretärin Pamela Sommer in der Zwischenzeit recherchiert hat. Was hat der Brief ergeben? Also, der Poststempel in der Stadt hat sie ein Melderegister aufgerufen und mit dem Namen und den letzten Arbeitgeber rausgefunden von der Silvia. Und das war an der Tankstelle. Kurz darauf machen sich die Detektive auf den Weg zur Tankstelle und hoffen dort Informationen zur wahren Identität der Vermeidung. Die meintlichen Halbschwester zu bekommen. Es ist momentan die einzige Spur. Hallo, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ben ja, mein Name. Ich habe eine Frage und zwar hat hier mal Silvia gearbeitet. Das ist meine Tante. Und ich habe jetzt familiär ein bisschen was zu klären. Ich habe kein Adresse, gar nichts von ihr. Ich weiß nur, dass sie mal hier gearbeitet hat. Ich habe auch ein Foto. Ich kann Ihnen das mal hier zeigen. Hier. Das ist sie. Nee, kenne ich nicht. Die erkennt ihr nicht? Was ist doch komisch, wenn die da gearbeitet hat, musst du die da erkennen. Silvia Knigge. Silvia Knigge heißt sie. Knigge? Ne, ich sag mir nichts. Warten Sie mal, ich habe hier, ich bin ja noch nicht allzu lang hier, aber da hat meine Silvia gearbeitet, die hat mich auch angelernt. Die war aber danach ziemlich schnell weg. Die hieß aber nicht Knigge, Moment. Die hieß Bollmann. Die? Doppel L? Ja, ich denke ja. Silvia Bollmann. Haben Sie vielleicht die Adresse von ihr oder so? Ich meine, das muss doch hier irgendwo sein. Also mir ist die Information wirklich wichtig. Mir ist die Information sogar wirklich 50 Euro wert. Und vielleicht ist es Ihnen ja das wert, mir aufgrund dessen hier einfach die Adresse aufzuschreiben. 50 Euro ist natürlich. Einfach egal wohin. Ich kann auch nicht so Nein sagen. Schreib uns die Adresse auf, als sich die dringendsten hier lohnt. In diesem verzwickten Fall müssen die Ermittler jedem noch so kleinen Hinweis nachgehen. Wenig später kommen die Detektive an der Adresse von Silvia Bollmann an. Wird die ehemalige Tankstellenmitarbeiterin Licht ins Dunkel bringen? So, hier würde auf jeden Fall der Name Bollmann stehen. Aber hier sind die Knigge auf jeden Fall. Das werden wir jetzt einfach mal überprüfen. Okay. Schönen guten Tag. Mein Name ist Stahl von der Detektive Stahl. Ich suche eine Frau Knigge. Kann ich Ihnen nicht weiterhelfen? Kenn ich nicht. Die wohnt hier nicht, ja? Aha. Sie sind ja Knigge? Tut mir leid, kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Okay. Alles klar. Tschüss. Schönen Dank. Ich mache den Job seit 20 Jahren. Ich merke, wer mich einer bedürgt. Komm, wir telefonieren nochmal Pam, aber ich weiß ganz genau, die verarscht mich. Was hat die junge Frau zu verbergen? Carsten Stahl verlässt sich nun auf seine Sekretärin. Wenn jemand etwas über Sylvia Bollmann herausfindet, dann Pamela Sommer. Am nächsten Tag machen sich die Detektive erneut auf den Weg zu Sylvia Bollmann. Pamela Sommer hat ganze Arbeit geleistet. Der Fall steht kurz vor der Auflösung. Wir sind jetzt hier zu der Frau Bollmann, ehemals Knigge, zurückgekommen, weil Pam unsere Zuckerschnute herausgekriegt hat, dass die im Internet einen Artikel gefunden hat, wo drin stand, dass Frau Knigge Herrn Bollmann geheiratet hat. Ja, und ich habe es ja gestern schon gemerkt, die hat mir nicht die Wahrheit gesagt und deswegen kommt der Jäger zurück und holt seine Flinte. Macht das Ding schön groß, das werden wir jetzt gleich zeigen. Jetzt werde ich sie mal fragen, ob ihr Bruder hier wirklich so scheißegal ist. Ja? Frau Bollmann, sind doch richtig. Wir waren ja letztens schon mal hier, Digital Stahl nochmal. Frau Bollmann, ich kenne noch was anderes. Schauen Sie mal her, bevor Sie mich wieder wegschicken. Kennen Sie dieses Foto? Was kenne ich? Ich habe das Foto von Ihrem Bruder, dem Clemens. Clemens? Ja. Sagen Sie mir jetzt nicht, dass ich nicht Herr Clemens kennen kann. Sagen Sie nicht, dass Sie nicht so viele Kriege sind. Schauen Sie mal hier, Zeitungsbericht. Frau Knigge heiratet Herrn Bollmann. Frau Knigge, oder besser jetzt Frau Bollmann. Ich glaube, was ich Ihnen zu sagen habe, wäre sehr wichtig und sehr persönlich. Deswegen würde es angebucht sein, dass natürlich nicht jeder mitbekommt, dass wir uns vielleicht unter sechs Augen in Ruhe unterhalten. Sehen Sie da eine Möglichkeit? Ja, aber dann schnell, ich meine... Überall können Sie es, wenn Sie es sein lassen, sind Sie doch schneller fertig. Dankeschön. So, Frau Bollmann, dass Sie den Namen Knigge, auf den nicht mehr gerne zu sprechen sind, dann habe ich in Ihren Augen gesehen. Nochmal, mit Foto. Jetzt sind Sie. Und dazu gibt es ja wohl noch ein Foto, was Ihr Bruder zeigt. Und zwar, die jetzige Frau von Ihrem Bruder hat uns beauftragt, herauszubekommen, wo Sie sind und wo Sie leben. Und es gab ja auch einen Brief, den Sie geschickt haben, Marcel, an Ihren Bruder. Richtig. Er war aber ohne Adresse. Und da dieser Brief Ihren Bruder sehr emotional mitgenommen hat, war er natürlich auch sehr empfänglich. Und da ist eine Frau aufgetaucht bei Ihrem Bruder, die sich als sie ausgibt, sich Silvia nennt und sagt, sie ist die Schwester. Und da ja diese Frau unheimlich viele Informationen hat, die sie wohlgemerkt nur von Ihnen haben kann. Zeig mal ein Foto von der Silvia. Wir glauben zwar alle nicht, dass sie das ist, aber schauen Sie mal rauf. Vielleicht können Sie mir sagen, wer das ist. Ich habe gedacht, ich kann einen Strich unter meine Vergangenheit ziehen. Das kann ich verstehen. Ich kenne viele Menschen, die das wollen. Das wollte nichts damit mehr zu tun haben. Aber wollten Sie denn noch ein Strich das Leben Ihres Bruders machen? Fangen Sie mal, das war hier bei so einem obdachlosen Treff. Das ist Alexa. Die hier, die... Das ist Alexa. Alexa. Alexa heißt sie. Das war damals meine beste Freundin. Was hat sie jetzt damit zu tun? Wie und wann damals? Ich habe doch auf der Straße gelebt. Das ist ja auch der Grund, warum ich meine Vergangenheit abschließen will. Und dann haben Sie ihr alles erzählt, weil Sie ihr alles anvertraut hat. Und diese Vertrauen, was die ihr hingegen gemacht hat, das benutzt die jetzt schamlos und zockt ihren Bruder ab. Der Bruder hat ja diese Schuldgefühle. Eine Stunde später erreichen die Privatermittler mit Silvia Bollmann das Haus der Auftraggeberin. Zwischenzeitlich haben sie Fehmke Leitner doch noch telefonisch erreicht und konnten sie über die Neuigkeiten informieren. Pass auf, machen wir ja anders. Geh einfach mal rein. Ich will natürlich verhindern, dass die Furie uns jetzt sieht. Geh zur Küche und kiek, ob die da ist. Und dann klopft ans Fenster, soll sie zur Tür kommen. Wir wissen ja nicht, ob die da ist. Er wird natürlich jetzt zu einer Konfrontation kommen. Ist doch auch schon. Wunderbar. Jetzt muss jetzt hier gleich praktisch die Frau ihr was unterstürt aufmachen. Hallo. Wunderbar. Ich muss mal kurz mit raus. Hallo. Möchten Sie mal reinkommen? Das wäre ganz gut schlicht. Ja, okay. Ist ja auch genau unsere Schlafenszeit mitten am Tag. Kommt rein. Ich möchte vorstellen, das ist Ihre richtige Schwägerein. Super. Das ist die Schwester. 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 Darf ich einmal? Daraus habe ich mich wirklich schon gefreut. Ich wusste, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich bin wirklich froh, dass wir die Kollegen nicht gefunden haben. Gib mal, nee. Kommt runter. Scheiße. Schönen guten Morgen. Scheiße. Fass sie. Stehbleib. Hey. Lass sie runter, Mann. Hey. Komm her. Pass auf Ruhe. Reg dich ab. Komm her. Schau, wer ich bin. Delictal Stahl. Wir sind hier, um dir zu helfen und nicht, um Scheiße zu bauen. Wir sind noch nicht von irgendeiner Sekte, was du denkst. Ne? Abflug. Wir gehen jetzt ein. Marcel, bring sie rein. Komm mal ganz runter. Wir sind im Auftrag von deiner Frau unterwegs. Komm mit. Wir helfen dir. Wir wollen dir nicht böse. Jetzt wirst du was erfahren, was dir bestimmt sehr unangenehm sein wird. Schatz, komm einmal erst mit zu mir. Wir erklären dir alles. Du hast ja versucht zu rennen, aber Marcel ist wieder im Training. So, ich würde ganz gerne eine Sache vielleicht mal aufklären. Ihre Frau hat uns beauftragt, für sie herauszufinden, ob das wirklich ihre Schwester ist, ihre Leibliche, weil sie hatte ihre Zweifel und die hatte sie zu Recht. Und auch gut, dass sie uns beauftragt hat, weil sie waren, und das muss ich jetzt mal sagen, wirklich blind vor Liebe und vielleicht auch vor Schuld gefühlen, dass sie sich jahrelang nicht Sorgen um sie gemacht haben oder darum gekümmert haben. Aber ich möchte Ihnen jemanden vorstellen, das wäre vielleicht ganz wichtig, das hier ist die wahre Silvia. Das ist ihre leibliche Schwester, das ist die Schreiberin des Briefes. Doch, das stimmt. Das konnten wir ermitteln. Wir haben noch nie gehört. Von dem ersten geschiedenen Brief, den sie mal bekommen haben. Und das hier ist lediglich jemand, die Herrschaften kennen sich, aus ihrer Vergangenheit. Unglaublich. Ich bin sowas von enttäuscht. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, was du sonnlos machst. Silvia, wie konntest du das machen? Wie heißt du eigentlich? Du heißt doch nicht Silvia. Ist das überhaupt dein richtiger Name. Wie heißt du doch ganz anders? Wie heißt du? Alexa. Alexa ist das. Ja, hast du schön die Information, die Silvia in Vertrauen, in ihrer Trauer erheben hat, hast du ausgenutzt, um hier Menschen abzuzocken. Echt, echt scheiße. Meinen, dass es dir scheiße geht, verstehe ich ja. Aber da muss man nicht noch so eine Scheiße bauen. Ganz ehrlich, selbst Leute, die dir helfen wollen. Wir haben zusammen auf der Straße damals gelebt. Weißt du, du bist meine richtige Schwester jetzt. Endlich glücklich, meinen Bruder jetzt wieder zu haben. Und jetzt wird der Kontakt auch definitiv nicht mehr abbrechen. Und ja, wir machen das Beste draus und versuchen die Zeit aufzuarbeiten. Den Privatdetektiven ist es gelungen, eine Familie wieder zusammenzuführen. Silvia Wollmann verbringt inzwischen viel Zeit mit ihrem Halbruder und seiner Frau. Was war, spielt keine Rolle mehr. Jetzt zählt nur noch die Zukunft. Alexa W. lebt wieder auf der Straße. Kaiser Wollmann 갑 chмер ela zuást. Sau gibt es bei dieser Seite. Du bist so uh und soll.